Hallo, in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit dem Mac-Betriebssystem euch per VPN in das Netzwerk der Uni Marburg verbinden könnt. Dafür sind ein paar Grundvoraussetzungen nötig. macOS sollte ab der Version 10.10 oder höher mit allen Updates installiert sein. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr über den App Store ein Update erfolgen lassen. Falls es zu Schwierigkeiten kommt, könnt ihr auch prüfen, welche Java Version ihr installiert habt. Die sollte ab Version 7 oder höher sein. Wie wir das nachprüfen, das zeigen wir mal an einem Beispiel. Dazu gehen wir in die Systemeinstellungen, suchen Java in der Suchleiste, warten, es öffnet sich ein zweites Fenster. Und dann können wir über den Info-Button sehen, wir haben die Version 8 installiert. Das ist ausreichend. Eine nächste Voraussetzung ist, dass das aktuelle Zertifikat Telesec Global Root Class 2 im Schlüsselbund von macOS installiert ist. Und wie wir das finden, das zeigen wir jetzt erstmal. Den Schlüsselbund finden wir über die Programme, indem wir Schlüsselbund eingeben. Und wir sehen hier, bei uns ist es noch nicht installiert. Und daher laden wir das runter. Der Link ist in der Info-Box. Und wenn das Zertifikat dann runtergeladen ist, könnt ihr über Ablage Objekte importieren. Die Datei öffnen. Und nun sollte es unter Zertifikate zu finden sein. Dann geht es nun weiter. Wir stellen jetzt die VPN-Verbindung her. Dazu gehen wir auf die Seite vpn.uni-mabook.de, wählen unsere Benutzergruppe aus, geben die Benutzerdaten ein und sehen schon den Begrüßungsbildschirm. Auf Continue kommen wir dann zu diesem Bereich, in dem wir mit Start Any Connect den Download starten können. Wir laden die Software herunter. Mit einem Doppelklick wählen installieren, wählen das Paket aus und gelangen zur Übersicht der Installation. Lizenz akzeptieren. Das Zielvolumen wird übersprungen. Wir installieren es in den Standard-Pfad. Nun werden wir nach dem Administrator-Passwort für das MacBook gebeten. Und die Software wird installiert. Die Software ist nun installiert. Und das können wir bestätigen. In manchen Fällen wird Cisco eine Nachricht einblenden. Und nach Erlaubnisfragen Mitteilungen an den Benutzer schicken zu dürfen. Das kann man mit Erlauben bestätigen. Eventuell kommt auch die Meldung, dass die Cisco Systemerweiterung blockiert ist. Wir blenden euch mal ein, wie man die aktivieren kann. Dazu wählt man im erscheinenden Fenster Einstellungen öffnen. Das Fenster Sicherheit wird sich öffnen. Dann unter dem Tab Allgemein. Unten links das Schloss öffnen mit dem Benutzernamen vom Mac. Dann kann man hier neben dem Hinweistext den Zugriff mit Erlauben bestätigen. Das Installationsprogramm meldet darauf hin, dass die Installation erfolgreich war. Und kann in den Papierkorb gelegt werden, wie wir das eben schon gesehen haben. Nachdem die Software installiert ist, können wir die Verbindung zum VPN-Netzwerk nun herstellen. Dazu suchen wir den AnyConnect Mobility Client unter dem Programm. Wir wählen die Gruppe aus und geben unsere Login-Daten ein und sehen den Willkommensbildschirm. Nun sehen wir, dass wir mit dem VPN der Uni Marburg verbunden sind. Das Symbol mit dem Schloss zeigt, dass wir eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben. Zum Trennen der Verbindung gehen wir auf dieses Symbol und wählen Disconnect. Zum Trennen der Verbindung Zum Trennen der Verbindung